Hallo, allihallo, S, B, C, Summer, Power, Kompakt, der Hudober, der Hobbycamper, was ist SPC, das ist doch einfach super, sozial, Powerman, kompatibel, 100 Jahre bin ich ein Lursch und muss zu einer SPC-Schulung, aber nicht ich alleine, sondern doch 20 andere, und morgen geht's uns an den Kragen, oder auch nicht, wir hoffen natürlich nicht, was soll ich denn jetzt noch sagen, dieses Video wird garantiert nicht auf YouTube gesendet, weil das ist nämlich ganz privat, privat für euch, und ich gehe jetzt wieder einmal in meinen See, noch einen schönen Tag, ihr Lieben, bis morgen, zur Prüfung, viel Spaß, und Tschüss.